Oh, das sieht aber auch aus, alles, wa? Das ist... Oh, okay, okay, okay! Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, ich muss mal jetzt kurz hier mal ein Schluck trinken. Ah, mhm, ein Schluck Zaubertrank. We're gonna call. Ey, das ist doch Brett. Das war doch Brett. Meinst du? Ja, das war dann seine hässliche Hose. Ah, eine Kugel. Okay. Ja, das ist eine Kugel. Die lege ich wieder hin. Warum sollte ich denn jetzt... Warum sollte ich diese Kugel jetzt aufheben? Hm. Du kannst ja nur hochnehmen, kannst ja nichts weiter mitmachen, oder? Ja. Essen. Oh, mein Gott. Also, keine Ahnung. Also, warum ist er anwählbar? Nur so eine Frage für mich. Ach so. Einfach nur ein Zeichen, dass er erschossen wurde, oder? War das der Ganni? Oh! Nein. 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 Da ist los, Herr. Das war's mit dir. Ich weiß nicht, wo diese beschissenen Tasten sind. Ja, f*** dich doch, Alter. Da waren's nur noch drei. Eigentlich vier. Oh. Und da sind es wieder vier. Sind es jetzt nicht wieder fünf? Wieso fünf? Alex, Julia, Conrad, Bliss und Brett. Stimmt, stimmt. Entschuldigung, bitte. Richtig. Oh! Brett sah nicht gut aus. Ey, äh, aber, äh, ja. Wie gesagt. Quicktime Events. Nicht mit diesen Pet, Freunde. Wo bist du denn jetzt? Scheinbar eine Vergangenheit. Sind wir jetzt den Kapuzen-Typen mit dem, mit dem Stöckchen und dem Totenkopf da drauf? Das, I don't know. Pass auf, ey, weißt du was? Ich probier mal kurz mit Maus und Tastatur weiter zu spielen. Ja. Und vielleicht krieg ich da die Quicktime Events ein bisschen besser hin. Jetzt muss ich erst mal ins Buch gucken. Halt. Na, und? Dreh doch mal. Mal sehen. Warum nicht? Was? Na? Na, okay, alles klar. Muss die Taste loslassen. Uh, das sieht mir aber nicht gut aus. Schweigend mögen die Kabale sich versammeln. Aus fünf soll sie bestehen. Fünf von reinem Geist und Körper, drei weiblich und zwei männlich. Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest des Akramahari Ritual von Treskaya abhalten müsst, um zu bannen mit und mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfrau, der sie ihre Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand, voll in Brunst ihre Stimme, zu der Aufrufung, Anrufung des Soras. Wie sie stets, wie sie stet geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die fünf Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Unikursus. Rufet an fünf Spitzen, wir glauben, das Schwert voran und proklamiert mit Festem, mit Fester. Wir dienen, wendet, Grad nach und zeichnet. Ukuvernale, Sigile, das heilige Symbol. Nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Ja, irgendwie hab ich das Gefühl, dass das alles extrem wichtig ist, aber irgendwie... Ach, es geht noch weiter. Okay. Wissen das? Warum blättern sie zurück? Achso, hast du schon alles, oder was? Gut. Denn eben nicht. Okay. Oh, oh, jetzt sag ich aber, okay, was, äh, was du meintest. Also die Steuerung ist halt schon, die ist halt mit der Tastatur sehr eigen, irgendwie. Okay. Tatsächlich ist das die Definition von Panzersteuerung, Alter. Oh, la, la. Gut, hier ist ein Pentagramm. Aber warum kann ich's nicht anklicken? Weil du wahrscheinlich von der anderen Seite jetzt... Okay. Okay, zwei Schädel. Etwas mosig. Ja, kann auch nichts machen. Und hier ein kleiner, toller Blutbrunnen. Da möchte man auch glatt die Banane reinhalten. Und, hast du da ne Meinung zu, Mäuschen? Oder wie ist es? Wahrscheinlich nicht. Scheint ideal zu sein. Oh. Oh. Vorne hat's, glaube ich, gerade nochmal an dem Tisch. Aber das könnte sich auch... Ne. Ich hab' da Lust an Reflexion. Eine Reflexion. It's just a reflection. Reflexion. So, können wir mal spielen. Und die Piano. Oh, so. Ich bin mir mit dem Pad wieder. So, das ist ja... Also mit der Tastatur ist nicht schön. Mit Tastatur nix schön. Nix gut. Ja, vielleicht. Aber du weißt wahrscheinlich die Tasten nicht, ne? Ähm, wenn du beim Quicktime schnell wechselst. Auf der Tastatur? Mh. Oh, hier. Guck mal. Und? Oh. Ah, Beethoven ist er nicht. Okay. Oh. Da-da-da-da-da. Okay. Okay, sie läuft von alleine. So, dann gehen wir nochmal on stage. Meinst du jetzt, fängst du hier an, so'n Tanz aufzuführen oder was? Na, ich denke mal so hier irgendwie eher. Ich folge mal den blutigen Spuren. Okay. Diesen äußerst verstörenden Blickwinkeln. Ich hab' aber was vorbereitet. Nein! Nein! Ich bin auf! Oh, wie ist's! Ah, okay. Kann ich nix durchklicken? Aber hier hinten ist die Tür. Da gehen wir mal durch. Und schon, fless nicht den Kopfballen. Oh. Ein Bild. Ein Bild. Geht doch hin. Ah. Zwei im Kampf im Wasser. Und Kiel holen. Und Madame ist... Was war das jetzt gerade? Oh. Oh. Was ihr sehen? Hinten? Ja. In der Ecke? Ja. Der Kurator. Oder? Was ist der Kurator? Also nicht er, sondern da stand er noch im Anzug. Ja, ja, ja. Also im Anzug weiß ich nicht, aber... Oh nein! Mach nicht! Nein! Oje! Oh Shit, meinst du? Ich... Skeletor! Das war Skeletor! Oh! Ja, aber was sollte man jetzt machen? Ich glaube, das war schon richtig. Julia. 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 Oh, guck mal, er hat Schuh an. Alex. Hier ist er. Ah, ich wusste, oh, es ist ne Conrad. Oh nein. Ah, die fighten jetzt richtig? Nein, oh nein, bitte doch nicht. Oh nein, oh nein. Wo ist die denn? Diving deep in the Oshan. Oh shit. Oh shit. Wird weiter. Dreh dich doch um, Mäuschen. Ja, guck erstmal an, so in Ruhe. Mach erstmal an, so in Ruhe. Guck dir die Leiche an. Oh, wie? Sieht aus wie Alex. Der hier Ring. Dafür hat sie doch... Take the Ring. Was ist das denn für ne skurrile Scheiße? Okay. Ah, okay. Sie war... What? What? Oh nein. Okay, also ich denke mal, der gerade stupt ist... Du bist ran. Komm schon. Oh oh. Oh oh. Achso, du willst Alex? Mal zieh deine Frau da jetzt da raus, Alter, du Lachsnacken. Ja, warte doch noch. Steh auf. Ich dachte, wir sind Julia heute jetzt, gerade. Bist du... Okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Biss! Biss! Ich bin ein bisschen verwirrt, gerade. Oh shit. Das ist nicht gut. Komm schon! Weg hier! Oh shit. Oh shit. Scheiße. Hä? 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 Untertitelung des ZDF, 2020